Hallöchen Leute, heute wieder mit dem Steven in der Runde Rainbow Six. Ich bin wieder im Rank. Zweite Match. Mahlzeit. Hallöchen. Es gibt Apfelringe. Es gibt Apfelringe. Ja, der Steven ist gerade am Futtern. Und ich? Ich fette Sau. Ich sitze auf dem Trockenblock, ey. Deet halten hier. Deet. Nach dem anstrengenden Game gerade muss ich auch ein bisschen Nervennahrung haben. Es sei mir gegönnt. Ja, definitiv. Also... Der Bio-Gefahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Das war schon hardcore. Aber diesmal haben wir bei den Randoms einen deutschen dabei. Und da deutsche Randoms in 99% der Fälle besser sind als andere Randoms, freut mich das sehr. Gut. Haben wir schon irgendwie Locations, die wir abgefahren haben, wo sie nicht sind? Ja. Wahrscheinlich im Keller? Erster Garage. Schreibt einer. Shit ist gejammt, yeah. Position des Bio-Gefahrgutbehälters unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Ja. Unten im Keller wartet dann auch einer auf uns. Da ist der... Puls. ...deutsche Random auf uns. Ihr wart schon im Keller? Die konnte schon da sein, ey. Also nicht Garage, sondern normal. Jetzt hat er durchs Loch gegangen, oder was? Hm. Tja, Puls ist tot. Ich hab doch was gehört, ey. Sein komisches Klickern, Klackern. Der ist mit Fensensor. Der ist mit Fensensor. Der ist mit Fensensor. Der ist mit Femur, die Fensensor. Die Fensины die every 2 Uhr ہو. De transformation wird richtig hoch. Er웃 flip' bei mir. Wo seid ihr langgegangen, ey? Oh, der entdeckt. Da stand einer! Oh, Fenster schießt einer raus. Der hat den aber schön nur refract. Ja, nice. Läuft bei Nijo! Ja, Nijo gefällt mir. Noch. Aber... Ja, genau. Okay, ich nehme Luke. Ich entscheide mich. Scheiße, alle enthalten sich oder was? Oh, random. Random Party. Oh, du nimmst dir die neue? Ach, warum spielt der denn kein Frost mit Pampe, ey? Nur die Kackknarre, ey. Dann aber mit Laser aufsetzt. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Schutzplatten 1. Ich kümmere mich um die Wand. Ich kümmere mich um die Wand. 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Beschützt den Bio-Gefahrgutbehälter um jeden Preis. Wir haben ein Glas. Erricht deine Barrikade. Achso, Achtung. Ich geh raus. Wir haben ein Glas. Ja. recoßen. Marshmallow wurde errichtet. Wir haben hier noch eine Drohne drin. Bist du der einzige am Raum? Ich glaube ja. Okay, die kommen. Der kommt. Ich bin down. Ich fühl's halt mich von oben. Da war mein Assist. Ach, ganz oben noch. Ach, meinst du auch schon auf dem Dach? Nee. So, wenn es auf dem Dach ist, dann weiß ich nicht, ob da was los ist. Weil ich war quasi oben. Ach so. Und dann Dach ist noch ein bisschen höher. Glaublich, er war nicht auf dem Dach. Danke. Danke. Boah, dass du mit der Fähigkeit so schnell bist. Wir sind beide noch vorne. Kamera vorne down. Und da ist der Steven aus dem Sprachjet verschwunden. Und da war er kurz weg. Ich verbarikadiere die Tür. Fünfzehn Sekunden noch. Fünfzehn Sekunden übrig. Wides hat der Antwort. Stehen. Hörst mich wieder? Ja, ich hör dich wieder. Discord ist noch wieder abgespackt. Ja. Stehen geholt. Na gut. Gott sei Dank hat mich der Kollege noch aufgehoben da. Ja. Ja, sieht man immer, wie wertvoll sowas ist. Oh, Sledge ist weg. Oh, der neue ist auch weg. Oh, der neue ist auch weg. Was spiel ich denn dann? Oh, Sledge. Äh, da. Ob wir diese Runde holen können? Ich würd's mal stärker davon ausgehen. Wenn es richtig steht, seht ihr mir das Licht an? Den Rio-Befahrwutbehälter lokalisieren. Gibt's die Sendung eigentlich noch? Keine Ahnung. Also Archiv ist frei. Der Raum neben der Küche auch. Gute Arbeit. Der Rio-Befahrwutbehälter wurde lokalisiert. Okay, Keller. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Noch fünf Sekunden. Okay. Bio-Gefahrwutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. In der Tiefgerade ist diesmal keiner. Ich lade nach. Okay. Aktiviere Drohne. Okay, Bellcree kam grad da raus. Die hat meine Drohne zerstört. Okay. Okay. Schön. Hinter dem großen Truck ist noch Valkyrie. Ja, ich bin nicht hinter dir. Schön. Ich bin ja richtig am Haushalt in meiner Munition, ey. Okay. Ich hab wohl ein Auge. Ich hab wohl ein Auge. Ich hab ja grantgekrengd. Ja. Hä? Das war wirklich für eine des hause. Der Puls ist da irgendwo rechts von dir gewesen. Ja, links. Oder links. Renn doch rechts rein oder so. Muss da irgendwann mal reinkommen erstmal. Nice, noch der Puls. Aber pass auf, wer weiß wo du bist. So, da ist der Puls. Links vorne die Tür, es hat ein Bobby Shirt, pass auf, da ist der Bobby Shirt. Ein von einem der Operator vom eigenen Trupp. Rennseite in der Runde. Was macht der Puls? Er weiß wo du bist, er Puls. Der Puls ist schnell zu töten. Er muss schnell zu töten. Und nicht einfach rein. Rennst du einfach rein. Der Puls ist schnell zu töten. Okay. Aber wie ist es nach links gucken, wenn er da herläuft, weißt du? Ja. Ah. Komm. Zwei Runden noch. Warum habe ich es gesagt? Was hast du gesagt? Ja, können wir es diesmal holen. Ich kriege Kopfwehrens von unseren Scheiße, weißt du? Aber schon wieder 8 Kills ey. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Wir brauchen sicher. Zeit für einen wirklichen Schock. Was? Wie ist das für ein Schock? Ja. Was? Was? So ist der Tag? Was ist das für ein Schock? Wir brauchen tatsächlich eine Runde. Wir brauchen die Schock. Wir brauchen die Schock. Wir brauchen die Schock. Die Schock. Wir brauchen die Schock. Der Schock. 10 Sekunden Ich schieße ins Bein, sie kümmert sich da kein bisschen rum Die Drohne kommt rein Ich sehe noch keinen Komm, Alter, wiebeschüsse will der noch einstecken, Mann 5, 6 Hits, er stirbt nicht Uuuuh Geil, Rache Sie fangen mich an Ich suche nach Feinden. Ich suche nach Feinden. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Ich schieße die ganze Zeit nur auf dein scheiß Schild. Der Blackbeard lebt noch. Der war auch in der Rage. Genau, da ist er. Die Hälfte geht ins Schild. Dein Schiss. Die Hälfte geht ins Schild. 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 Ja, ich weiß, dass da eine Chip war. Mr. 03 ist echt der intelligente Typ hier. Ja, ja. Jetzt ist los, Alter. Ich bin aus dem Game geflogen. Bist du aus dem Game? Nein, nur auf Windows-Taste. Also. Den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisieren. Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgut-Behälter wurde lokalisiert. Ich helfe dir, I'm huge. Uh! Zehn Sekunden. Fünf Sekunden bis Einsatz. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters. Setze Gewehrschild ein. Komm, Haupteingang. Mit Stauben lang, okay. Ja, ich bin leppiert. Fenster ist mein Gebiet. Mein Gebiet. Dunkel da drin, ey. Wird's hier vielleicht heller? Ich wurde entdeckt. Wo ist denn die Kamera? Ah, na, lässt sich schon anschießen. Kalt machen. Wo war sie? Kamera drin. Hm, da weiß es. Hinten zum Ausgang sitzt, äh, Pult. Und sucht. Hinten zum Ausgang? Wo ist das? Äh, das ist der Hekausgang, wo die Treppe ist, wo du down gegangen bist. Okay, ich hab hier einen Penner. Ich hab hier angeschossen. Ich hab ihn aber auch. Keine Gesetze, er hat geschafft. Okay, einer hab ich. Oh, stand, there's two more on the side. In Brenngbereich, Roy. Jetzt hab ich die Milchkrieg entdeckt wegen ihrem Laserpointer. Wird so so doof, dass ich das Ding überhaupt nehmen, ey. In Brenngbereich! Mein Gegner verbleibt. Oh. Wo? Mich. Im, ja, auf dem Raum, halt. Ach, den da? Genau! Ey, das war Spray and Pray. Ich hab nichts mehr gesehen. Ich hab nichts mehr gesehen. Alex killt. Lass mal hier. Ja, meine Kills sind besser geworden. Nachdem ich mit Alex gespielt habe. Den Raum zerbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgut der Filter schützen. Was hat denn für einen Raum, ey? Geh mal nach oben, mach mal zu da. Und verteile aber ein paar Kameras. Verstärkung der Band beendet. Neue Kameraübertragung läuft. Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter registriert. 5 Sekunden. Noch eine Luke, ey. Ist deine Luke frei? Ne, keine Luke mehr. Ok. Ich bin fast fertig mit der Tür. Keine Sorge mehr wegen der Granaten. 2 Schilds auf der Ruf. 2 Schilds auf der Ruf. 2 Schilds auf der Ruf 보�en, Ja. Da ist... Da kommt Blackbeard! Fuck, handert mich. Das kam ein bisschen zu spät. Blackbeard ist da. Warte! Das ist Fuse. Da ist Blackbeard. Blackbeard ist hier. Nicht auf den Blackbeard, Leute. Wtf. Oh, okay. Ein in der Backwindow. Ein in der Eastern Window. He kam in. Ein in der Left Post. Ein in der Die Er ist brechen. Was? Er ist brechen. Was? Oh, wo ist er? Da muss ich mich machen. Nur noch 15 Sekunden. Beide da aber eben. Beide, beide. Scheiße! Fuck! Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Aber er hat auch nicht getroffen. Scheiße! Und in dem Sinne ein fröhliches Mahlzeit an euch beide. Ja, dax hat es uns jetzt mal schön im Chat wieder. Ich bin hier am Verzweifeln. Ja, beide. Es steht 3-3. Und ich habe die letzte Runde nicht geholt, weil 3 noch über waren. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich davon geholt? Ein! Ach ja, ein. Scheiße, ich hatte 6 Feuer. Fuck! Der Bio-Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ja. 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 Ja, Keller. Der Bio-Gefahrgut-Einsatz. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgutbehälters. Haupteingang, ich komme mit. Der Bio-Gefahrgut-Einsatz. Der Bio-Gefahrgutbehälter ist aktiviert. Ich überprüfe den Umkreis. Oben rechts hängt eine Kamera. Genau. Puls auf. Ich gucke mal eben nach. Hinter uns hör ich irgendwas. Guck mal nach hinten bitte. Wenn ich hier nach dem Puls gucke. Ich gucke Treppe. Nehm mal die Kamera und guck mal, ob er unten wieder in seiner Ecke sitzt. Puls ist hier unten. Puls ist Treppe. Treppe? Ja, 10 Meter unter uns hier quasi. Er hat sein Gerät ausgepackt. Äh, eingepackt. Ist wieder da. Ist wieder ausgepackt. Er ist quasi genau unter dir. Feindliche Sicherung des Behälters beenden. Ich sagte, wenn er sein Gerät einfuckt. Oder ist raus. Eingepackt, eingepackt. Ends. Scheiße. Schön. Äh, Thermite ist im Aufzug. Da unten ist... Was macht der da? Ich weiß ich nicht. Äh, der killt jetzt ein. Schön. Da kommt noch einer hängen gerannt. Zu ihm. Sprengladung eingesetzt. Äh, der Gang lang ist frei. Hier links lang oder was? Ja, genau. Das habe ich über seine Kamera gerade gesehen. Da hat einer Nitro ausgepackt. Bei ihm. Äh, Breakthrough hinten drin. Da bleibt. Rechte Seite hinter der... Hinter dem Eisengitter. Rechts Eingangstür vom Safe. Rechte E... Nee, Eingangstür. Durch die Eingangstür durch. Noch. Da. Rechts. Du hast da oben rechts ein Hawkeigel gehabt. Und links hinter dir auch. Genau. Und links hinter dem Eisengitter. Uhhh... Ich werde verzogen. Ich werde verzogen. Gibt keine Drohnen mehr? Doch. Gibt eine. Okay. Naja. Gehen wir oben. Eingangstür zum eigenen Druck erfolgreich. Ganz böse. Wer merkt, der hört ja gar nichts ey. Hei-ei-ei-ei-ei-ei-ei. Ah komm, den müssen wir machen Ich will nicht schon wieder als Sitzer stehen 15-3-4 Warte, ne Statistik Aber Gegnerteam haben 2-10 Wie viel mittlerweile wegen Battle Eye entfernt werden Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen Aber Aufsicher Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert 10 Sekunden Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert Oh Mann, der Kunde kämpen für den Sieg, wa? Jetzt können sie kommen Sie sind alle in die Garage So, jetzt liegt hinterm Schild Liegt ne Trap Puh, wird schon auf mich geschossen Ja, pass auf, pass auf Was war denn? Der Ringgarage, nix Aber schließen Also irgendwie muss ich in diesem Raum mal abspacken Ich geh mal kurz ne Runde Oh, da ist ein Schild Fuse With Fuse Ash gerade durch Ash lang durch Ash lang durch Drecksdrohne, die haben Twitch Machst du kaputt? Hab ich Herzschlag-Sensor Huuu Scheiße Schülpfchen, ich leg mich auf da an der Stelle, ey Scheiße Schülpfchen, ich leg mich auf da an der Stelle, ey Ich suche nach, oder? Ich suche nach Blackbeard Blackbeard In der Garage In der Garage Das ist hier alles was Fuse, Trich, Blackbeard in der Garage Fuse, Trich, Blackbeard in der Garage Fuse down Feuerschutz, ich lade nach Ich bin, ich bin down Blackbeard, rechte Seite Schön, der sitzt lang durch Da Sehr nice Alle Gegner eliminieren Wuuuh Mein Gott war anstrengend Und wir gewinnen das Spiel, oh du Wann die Runde Und wir gewinnen das Spiel Alter Schwede Ja Den hast du verdient, den MVP Definitiv No Gucken wir nochmal drauf 18 Kills, Alter 1834 Und mit diesen Worten Bis zum nächsten Mal Ciao misoph 다 Ich hab euch was Neude Bis zum nächsten Mal.